Da bleibt die Frage, warum eine professionelle Taucheruhr orange sein muss. Das ist eine Erfindung von Schweizer Tauchern, die Anfang der 60er überlegt haben, wie muss eine Uhr sein, damit ich sie tief unten im Dunkeln ablesen kann. Damals gab es keine großen, hellen Lampen. Und dann haben die verschiedene Farben ausprobiert und festgestellt, orange sieht man unter Wasser in der Tiefe, im Dunkeln am besten. Eine Taucheruhr ist orange, so wie ein Mercedes Silber ist oder ein Ferrari Rot.